Wenn ich euch frage, welcher Dreitausender eigentlich der schwerste der bekannten Dreitausender ist, dann würden vielleicht manche von euch sagen, Wilde Leck, wobei, den kennt ja auch schon fast keiner. Oder Piz Palü, aber kaum jemand hatte einen Berg fernab der Alpen am Schirm, den Cerro Torre. Was ist der Cerro Torre? Der Cerro Torre steht innerhalb der Gebirgskette der Anden, genauer gesagt in Patagonien, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Er ist lediglich 3128 Meter hoch. In den Ostalpen wäre er damit ein etwas überdurchschnittlicher Berg, in den Westalpen fast unscheinbar. Doch die Maßstäbe der Alpen und damit vor allem die Höhe sind es nicht, die den Cerro Torre so besonders machen, dass er hier besprochen werden müsste. Fangen wir doch bei seinem Standort an, Patagonien. Wie auch andere berühmte Berge wie der Aconcargur oder der Fitzroy steht er in Südamerika. Hier ist es, wie wir auch schon im Video zum Aconcargur gelernt haben, in erster Linie unfassbar schwierig, das Wetter zu prognostizieren. Und auf Bergen wie dem Aconcargur ist das zwar jedenfalls ärgerlich, aber auf dem Cerro Torre ist das umschwingende Wetter eine Gefahr und eine Schwierigkeit für sich. Denn der Cerro Torre zeichnet sich vor allem durch seine technische Schwierigkeit und durch seine schwere Zugänglichkeit aus. Ein Besteigungsversuch kann durch die Lage mehrere Tage dauern und das alles in ständiger Sorge, dass an einem Tag das Wetter dann doch noch umschlägt. Die großen Wetterfenster, die sucht man in Patagonien, gerade in dieser Gegend, wirklich nur vergeblich. Deshalb ist viel Geduld, Glück und auch das richtige Timing aller Schritte wahnsinnig wichtig. Gepaart mit der technischen Schwierigkeit ist der Cerro Torre natürlich die absolute Spitze des alpinistischen Eisbergs. Doch was heißt eigentlich technische Schwierigkeit? Das ist in Patagonien ganz allgemein, aber besonders am Cerro gar nicht so einfach zu sagen. Schuld daran sind vor allem die sich ständig verändernden Bedingungen am Berg. Eine Felswand hat die eine Schwierigkeit. Packt man aber auf diese Felswand 10 Tonnen Eis, hat sie gleich eine ganz andere Schwierigkeit. Und natürlich nochmal eine andere Schwierigkeit, wenn sie nur einen ganz dünnen Film von Eis besitzen. Also wie schwer ist er dann? Der Cerro Torre. Der heute übliche Weg, weil er schlichtweg der einfachste ist, ist der Weg über die Westwand. Hier probieren sich die meisten Alpinisten daran. Die Westwand hat eine Länge von 600 Metern. Dabei wechselt man öfter zwischen den Schwierigkeiten M4, Wi5 Plus und 90 Grad Steilheit im Eis. Ansprüche, die man nicht mal aus einer Matterhorn-Nordwand kennt. Die Westwand-Route wird übrigens oftmals auch Ferrari-Route genannt, was weniger mit dem Auto als vielmehr mit einem der Erstbesteiger dieser Route, Casimiro Ferrari, zu tun hat. Doch noch viel spannender wird das Abenteuer, wenn man sich die sogenannte Kompressor-Route ansieht. Auf der südöstlichen Seite des Cerro Torres baut sich eine beeindruckende Wand auf. Langsam ansteigend wird sie nach oben hin immer steiler und immer steiler. Die sogenannte Headwall. Diese Wand beinhaltet Mixed-Schwierigkeiten bis M6 und 90 Grad dünner, miserabler Eisauflage. Aber die Schwierigkeiten der Headwall fordern dann noch einmal einen wahren Kletterer. Denn hier gilt es im 10. Schwierigkeitsgrad mit Sicherungsabständen von 15 Metern und mehr in brüchigstem Gelände zu klettern. Bleibt nur noch die Frage, hat das schon jemals jemand geschafft? Für alle historisch interessierten Bergsteigerinnen und Bergsteiger ist das wohl nämlich das spannendste Kapitel. Die Geschichte des Cerro Torres. Denn ein so schwieriger Berg, der schwerste Berg der Welt, wie er genannt wird, ist dieser Berg überhaupt schon jemals wirklich bestiegen worden? Diese Frage lässt sich grundsätzlich mit Ja beantworten. Der Cerro Tore wurde schon öfters bestiegen. Aber was unklar ist, wann wurde er bestiegen? Denn hier beginnt ein großes Fragezeichen. Der Cerro Tore war ein Berg der Italiener. Er war nämlich das große Problem von italienischen Spitzenbergsteigern wie Walter Bonatti, Carlo Mauri oder Cesare Maestri. Letzterer will wirklich die Erstbesteigung geschafft haben. Zusammen mit dem Tiroler Toni Egger. Toni Egger und Cesare Maestri begaben sich im Dezember und Januar 1959 nach Patagonien, an den Fuß des Cerro Tore. Doch einfach so sollte die Besteigung keineswegs gelingen. Das sollen die beiden in den 50er Jahren geschafft haben? Ich frage das deshalb so skeptisch, denn die Skepsis ist hierüber bis heute enorm groß. Cesare Maestri verlor im Abstieg seinen Partner. Er wurde durch die eine Eislawine in der Nordwand getötet. Mit ihm ging auch eine Kamera kaputt, die das Gipfelfoto beinhaltete. Doch das sind Maestris Worte. Durch das fehlende Bild und auch fehlende anderweitige Beweise konnte Maestri seine Geschichte nie beweisen. Und bestätigen konnte seine Aussagen auch Jahre später noch immer niemand. Erst wurde er gefeiert, gerade von den italienischen Medien. Doch später kamen Zweifel auf. Immer mehr fachkundige Bergsteiger zweifelten seine Besteigung an. Der Tod Toni Eggers wurde nie vernünftig erklärt. Viele unschlüssige Aussagen und auch Änderungen seiner Erzählungen. All das half ihm nicht wirklich. Vom Helden zum Betrüger, könnte man sagen. Aber das war Cesare Maestri nicht recht. Er fühlte sich hintergangen und das Misstrauen gegenüber seiner Person verleitete ihm dazu, die Sache selbst nochmal in die Hand zu nehmen. Allein zog er erneut nach Patagonien und mit ihm 700 Kilogramm Ausrüstung als Hilfestellung. Darunter ein Kompressor, welcher eine Bohrmaschine antreiben würde, um regelmäßig Haken in die Wand bohren zu können. Der technische Aufstieg, also der Aufstieg dank Hilfsmitteln, war damit beinahe einwandfrei möglich. Und Cesare Maestri erreichte den Gipfel. Diesmal mit Beweis. Denn er hinterließ den 100 Kilo schweren Kompressor am Gipfel des Cerro Torres. Maestri hatte seine Ehre wiederhergestellt. Zumindest in seinem eigenen Weltbild. Denn die Kritik an ihm und an seinem Vorgehen an Cerro Tore, die flachte nie wieder ab. Erst die unbestätigte Erstbesteigung, die sehr zweifelhaft war. Dann eine Durchsteigung, die ausschließlich durch das Bohren von Aufstiegshaken möglich war. Und zusätzlich die Tatsache, dass er dabei eine gänzlich andere Route nahm, als er bei seinem angeblich ersten Versuch mit Toni Egger angab, genommen zu haben. In sich alles völlig unlogisch. Und trotzdem können Kritiker auch nicht das Gegenteil beweisen. Niemand auf der Welt kann die Erstbesteigung des Cerro Torres valide datieren. Die Kritiker können nur anhand der Wahrscheinlichkeit für so eine Durchsteigung zu dieser Zeit argumentieren. Reinhold Messner beispielsweise ist sich sicher, dass diese Schwierigkeiten in den 50er Jahren völlig unmöglich waren. Aber vielleicht sagt er das ja nur, weil er selbst nie diesen Grad erreicht hat? Niemand kann das sagen und niemand kann das bestreiten. Das macht die Geschichte der Erstbesteigung so brisant und gleichzeitig auch so ungewiss. Und selbst bei der Kompressor-Route verzettelte sich Maestri später in seltsame Argumentationen. Denn zusammen mit seinen Partnern stand er zwar über der berüchtigten Headwall, aber den Gipfelpilz, den Eispilz am Ende des felsigen Teils, also den höchsten Punkt, erreichte er nie mit dem Argument, dass das ohnehin nicht der Gipfel sei, da dieser Pilz bald nicht mehr existieren würde. Eine denkbar schlechte Argumentation. Deshalb wird bis heute die Erstbesteigung in keinem der beiden Fälle, Cesare Maestri, zugeschrieben, sondern den Erstbesteigern der Westwand, der Ferrari-Route. Das war erst am 13. Januar 1974. Eine extrem späte Erstbesteigung für einen so prominenten Berg. Und mit Maestri endete die Geschichte der spannenden Erfolge und Misserfolge am Torre nicht. Denn Namen wie Jim Bridwell, die niemandem in Europa irgendetwas sagen, sind ebenfalls spannende Persönlichkeiten gewesen. Ihm gelang die zweite Besteigung der Kompressor-Route jemals. Und auch im 21. Jahrhundert wurde der Cerro Torre immer wieder besucht. Hansjörg Auer beispielsweise schaffte es ebenfalls über die Kompressor-Route zum Gipfel. Ein Video über Hansjörg Auer findet ihr übrigens hier rechts oben. Und auch David Lama sollte sich dort verewigen. Aber natürlich nicht irgendwie, sondern ganz im David-Lama-Stil. Mit großem Kino, einer spektakulären Erzählung, menschlich ganz nah am Geschehen und vor allem einer nicht nacharmbaren Leistung im Alpinismus. Der ersten freien Durchsteigung der Kompressor-Route und der Headwall am Cerro Torre. Red Bull verfilmte damals das komplette Projekt. Über die Qualität des Films und vor allem der Inszenierung durch Red Bull lässt sich streiten. Aber die Leistung von Peter Ordner und David Lama, die geht jedenfalls in alle Geschichtsbücher über Patagonien ein. Denn über drei Expeditionen verteilt gelang es ihm schlussendlich, die nie zuvor erforschte Geländeart in der Headwall des Cerro Torre im zehnten Schwierigkeitsgrad in 24 Stunden zu bewältigen und erfolgreich als erster Mensch der Welt frei über die Kompressor-Route am Gipfel des Cerro Torre angekommen zu sein. Auch über David Lama gibt es übrigens schon ein etwas älteres Legenden im Porträt. Das Spannendste am Cerro Torre neben den Schwierigkeiten und den unglaublichen geschichtlichen Ereignissen ist eine traurige und gleichzeitig aber auch wichtige Tatsache. Fast alle Menschen, die den Cerro Torre im alpinistischen, aber auch technischen Stil bezwingen konnten und eine große Prominenz haben, sind heute tot. Sie können keine Geschichten mehr darüber erzählen, keine Bücher mehr schreiben, keine Erklärungen abliefern und in keinem Interview mehr etwas berichten. Toni Egger, Cesare Maestri, Hans-Jörg Auer, David Lama, Jim Bridwell, Marc-André Leclerc alle heute nicht mehr am Leben. Der Cerro Torre ist und bleibt damit ein Mysterium. Er ist und bleibt einer der schwierigsten Berge der Welt. Er ist und bleibt einer der historisch spannendsten Berge der Welt. Ein Stichwort wäre die Hakendebatte, auf die ich jetzt gar nicht mehr leider eingehen kann. Der Cerro Torre ist nicht hoch. Er ist auf einer Karte fast unscheinbar, aber vor Ort beeindruckender als alle anderen Berge Patagoniens zusammen. Der Cerro Torre kann nur mit einem Wort gut beschrieben werden. Und selbst das reicht fast nicht aus. Extrem. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, freut es mich, wenn ihr meine Arbeit durch einen kleinen Kaffee unterstützt. Alle Infos hier eingeblendet. Ich danke an dieser Stelle allen Menschen, die mich in diesem Projekt bereits unterstützen. Und ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.